hallo und herzlich willkommen zurück wasser wenn die ist du da ist ja stimmt da war ja was ich bin ja im tischen spielstand noch hungrig ja ok 3 uhr haben wir punkte wir haben zwei punkte ich würde gerne wenn ich bin sammler als der vertrag auch wichtig der wagemütige level 4 wir haben wir ständig ganz immer mal in die richtung wir haben noch kein land im block setzt könnte man mal tun es bei könnten aufsetzen ach so die türe geht hier doch nicht kein tier genau kein tier ey wieso lebt das ding noch Mist. Hab's nicht so ein Traf. Mhm. Sag mal. das wird zu niedrig das ist eben können wir auch gehen jetzt kann man ruhig gehen ja 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 ich würde sagen das nehmen wir mal wir haben sechs quests erledigen machen die siemte mal was trinken mal was essen und ein getränk nehmen wir uns mit und dann schauen wir mal vorräte zurückbringen bringt das wenigste geld was ich gesehen habe mittlerweile habe ich mich ein bisschen mit dem händler beschäftigt das meiste bei stufe eins bringt die tüte alle zungbis also säubern ja 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 Die ist ein Haunt, die ist ein Haunt! Warte schneller, du Buhl! Ja! Ha 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 ha! Danke! Fuck! Ich habe es gesehen zu spät, aber ich hatte es gesehen. So, jetzt können wir hier schauen. Und der Buch ist gut. Und das ist gut. Jetzt kommt doch! Ich habe es glücklich, dass ist gut. hier könnte man einiges abbauen das machen wir jetzt nicht hochgehen tun wir auch nicht also gehen wir weiter ihr könnt ruhig weiter schlafen ich wollte ich nicht aufwecken nein ich wollte dich auch nicht aufwecken ich habe es gerade ehrlich der hund ist noch hinter mir es ist immer noch hinter mir immer noch da ich muss hier wirklich weg eine sehr hundige folge ich bräuchte honig hohne ich das nicht mehr nicht mehr ich bin hohne ich auch keinen honig also ja klar dass mich die hier noch länger sehen ich habe es auch noch an ja 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 Du willst die Rettung ein bisschen mal hinterher reinnehmen. Okay. So. 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 ich glaube meine drei sind wieder da da wollten wir uns dann zeigen bestimmt aber jetzt können wir so am man ist das oh so 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 Mach keine Freude. No. da vielleicht zurück müssen wir man mal reparieren wir waren doch heute mhm ja 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 da kommen noch zwei und sie bauen zumindest auf jeden Fall einen Eingang ein nehme ich an Die Frage ist, kommen die da hoch, aber wahrscheinlich ja. Aua. 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 sind alle schon im haus kommt mit Oh, 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 oh. Mm-hmm. Come on, goods. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Da unten klopfen ich schon. Da unten klopfen ich noch. Oh ja, da bist du ja. Oh ja, da bist du. Gehst du mich zu dem Blut? Danke. Der Blut dort sollte eigentlich schon langsam dran und drauf gehen. Sag mal, du könntest gut umkippen. Ja schön, mir schaden. Okay. Ja, da geht's raus. Und ich hab immer gedacht, die haben jetzt schon alles aufgeschreckt, was da war. Oh, muss ich dich nicht. Ja, da geht's. Ja, da geht's. Ja. Ja. Ja, da geht's. Ja, da geht's. Ja. 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 Gibt das denn noch was? Natürlich lebt da noch was. Okay. Ich brauche meine Frames. Wo kommen die hoch? Achso, da kommen sie hoch, klar. Neunmal überladen. Mhm. Ja. 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 danke können auf jeden fall schon zurück zum händler aber jetzt haben wir hier alles leer und zwar nichts mehr aber kann man auch machen und wo war das er wird wahrscheinlich besser sein als mein lesen die elf peile kann man vielleicht gleich machen das kann man essen das kann man wir sind hier souveränen alles ein poli in die hand wir bringen das einfach mal heim kann das mal weiter kommen nur 13 fach überladen davon ist irgendwo ein hund aber die postkästen hier zahlen sich einfach aus warum man ich bin höfungslos überladen dann noch was zum lesen oder so dann haben wir wieder einen slotplatz genau sind wir nur noch 12 fach überladen so so keine gute idee da noch keine gute idee sage ich doch die 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 Zombies. Ich habe für euch überhaupt keine Zeit. Während diese ein bisschen bluten, dann können wir zum Rack gehen. Ich nehme die Verbände und nehme mir jetzt eine besetzte Zombies. Naja... Die zwei sind leider nicht verblutet, aber zumindest haben sie einen Schaden. Da ist noch einer. Okay. Mal rein da. Ich habe vergessen, was zu verkaufen. Der Rest kommt jetzt erstmal da rein. Wir können was essen. Ein Buch brauche ich noch, dann kann ich das bessere Essen machen. Wir können was trinken und jetzt gehen wir. Wir müssen noch was trinken. 23. Gut. Oh Mann. Dann... Ich habe doch gerade ein Level gemacht, gell? Ja, wir könnten jetzt... Ähm... So, mehr Dukes und bessere Gegenstände. Okay. Das hat gar keinen Stern. Okay. Das hat gar keinen Stern. Oh Mann. Oh Mann. sehr gut so ok dann los kann man naja sehr gut keine ahnung wo gehen wir halt zum pügelchen ein mann mann wäre die schritte für den kraschbau sind bei 38 minuten gut dann würde ich sagen wir sehen uns wenn ihr wollt beim nächsten mal wieder ich sage mal tschüss tschau papa es wird jetzt gar nichts mehr passieren ich bin schon auf pause also bis dahin